Ich bin ein Fußballer beim FC Grafkorn und mittlerweile auch Ombudsmann des ÖFB und der österreichischen Bundesliga. Und wir versuchen mit Fußball für alle, einfach wir Menschen im Sport und speziell im Fußball zu helfen. Seien es jetzt Fragen zum Coming-out in einem Fußballverein oder irgendwelche anderen Themen, die jetzt mit Fußball zu tun haben, dann versuche ich einfach mit meinen eigenen Erfahrungen zu helfen. Und die Situation im Fußball ist ja nicht ganz einfach. Ich habe es mir doppelt und dreifach zu überlegt, soll ich im Fußballverein auch offen schwul leben oder soll ich mich weiterhin verstecken und liegen. Nur war es mich irgendwann zu bunt und ich habe diese Drucksituation nicht mehr ausgehalten. Und war dann auch der Schritt da, dass ich im Fußballverein auch mein Coming-out hatte. Und seitdem läuft alles wie gewohnt. Es hat sich genau nichts verändert. Und so soll es im Endeffekt ja auch sein. Und deshalb möchte ich dann noch einmal an euch alle sagen, dass, seid auch im Sport offen, seid selbstbestimmt, seid frei und lasst euch von keinen homophoben Menschen irgendwas sagen, dass ihr im Sport nicht gleich gewährt seid wie alle anderen. In diesem Sinne, seid stolz auf euch, haut rein und habt viel Spaß.